So, Akt 1, 4, 3. Verlassen. The Birds. Ja. Wieder ein Probenbehälter und bessere normale Zombies. Ich mach Team Ammo hoch. Ich auch. Ah, nee, hast du GTA nicht mehr. Dann mach ich das andere. Ich hab jetzt nicht mehr mehr Geld für den Medikit. Ich brauch mal einen Moment. Ah, Leute. Darauf hol ich mir erst mal einen Medikit. Kann jemand noch ein Medikit kaufen? Nee. Weißt du, es gibt Leute, die sammeln immer das Geld ein, deswegen hab ich nicht so viel. Hier, nimm mein Medikit auf den Boden, Tim. Dankeschön. Wir hatten besser hier alles ein, als draußen zu suchen. Nicht dein Tag. Nicht dein Tag, hä. Seid ihr ready? Ja, ja. Ja, ja. Sollen wir das machen, ja? Endstation, bitte. Das ist wohl mehr als nur ein Leidenschaft. Das ist wohl mehr als nur ein Leidenschaft. Das ist wohl mehr als nur ein Leidenschaft. Das waren alle. Reste! Wer wählt euch? Shotgun und ein Stummel. Ach, diese hässlichen Feature gibt's ja auch wieder. Na danke. Ich wollte gerade drauf schießen. Jetzt mal ohne Witz. Wenn du ständig das Geld einsammelst, dann haben wir kaum Geld. Da redest du bei Tim auf jeden Fall mit der falschen Person. Ja, aber dann sammelst du doch einen. Ich kann sie nicht markieren. Ich war schon im Auto und du hast an mir vorbei 125 Kupfer weggebrochen. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin gegriffen. Ich bin gegriffen. Ich bin gegriffen. Ja. Ich meine, diese Panik. Ja, ich bin tot. Nein, bist nicht. Ja, ich bin down. Guck mal. Ich morgens. Echt? Danke schön. Wir packen durchs Unterholz. Parabelt. Sind alle noch in einem Stück? Was ist denn der Scheiße? Vielleicht ist nicht genau das was. Ja. Ja. Ich könnte Munition gebrauchen. Hier ist jede Menge Munition. Wo bist denn du da hinten? Hier hinten. Ich konnte mir nämlich keine Munition kaufen, weil ich nicht genug Geld hatte, weil ich euch den Kram gekauft habe. Ich hab vorher aber auch noch richtig Zeit. Bla. Ja. Eine Sekunde. Ich muss dir ganz kurz was schauen, bis ich mir aufregeln muss, wenn ich mich markieren kann. C. Hast du's mit C mal probiert? Da stimmt was nicht. Ich denke, das Fahrzeug. Du musst die Tasse dann einfach mal umlegen. Ja, Kren. Wenn ihr da draußen. Ja, diesmal war ich. Oh Mann, das Nachladen dauert zu lange. Ja, ich bin wieder down. Ich bin da, Hoffman. Ja, muss ich mir mich balken. So. Alright. Ich bin da, Hoffman. Ich bin da, Hoffman, sagte er. Wie ein Gif. Ich bin wieder Klein unterwegs. Ich bin festgeschlomst. Komm. Bitte. Ich bin festgeschlomst. Ich bin festgeschlomst. Ich bin festgeschlomst. Müssen wir jetzt auch wieder diese Knotenpunkte zerstören? Ich bin festgeschlomst. Ich bin festgeschlomst. Ja, tja. Hier ist Molly. Hä, wo geht's denn noch höher? Ah, da. Ich bin festgeschlomst. 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 Jetzt wird die erste Hilfe-Schwein. Na macht ihr erstmal. Kauchen. Hab gesagt. Die... sind halt jetzt mit Kauchen. 400 Kupfer, adem Na, 400 800 So, wir müssen mal weiter Hier aus dem Fenster? Ja Ja Äh, das ist da, wo wir reingingen, ne? Sicher? Ja Also wir sind jetzt genau da, wo wir reingegangen sind Ich bin festgeklebt Ja Was hab ich dir witzig gemacht? Wenn wir jetzt hier die Treppe hochgehen, sind wir wieder am hinteren Eingang Wir sollen doch durch das Dorf durch, wo, wo, wo geht's denn dann da weiter? Ah, ich glaub da war irgendwo, geht's ein Molly Oder müssen wir zurück Wir sind, wir, wir haben hier drin die Knotenpunkte gemacht und können hier oben wieder raus Wir müssen nicht hier drüber Ja Eines Wissens Wo? Oh, ich weiß grad nicht, ja Warte, 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 warte Gab's ja nicht irgendwo so'n Steg oder sowas noch? Gibt's da noch mal? Ja, da sind ja die, da sind ja die Zombies, also muss man ja da irgendwie hin Die Zombies können erstmal überall so'n Wollt grad sagen, die können doch einfach nur Deko sein Hä, da gibt's doch nie, also das Spiel der AD sind keine komplizierten Rätsel oder so, das wär doch irgendein offensichtlicher Weg Ja Geh rein Wo rein? Ich bin hier in so'n Ich bin hier in der Gasse Da ist ein Zombie noch Ich geh nochmal Ich geh nochmal Endstation für dich Ah, kein Sein, ob der den... Nee Guckenbehälter Der ist aber keine Pflicht, also der ist nicht die Voraussetzung Hier bei mir Hier bei mir Zusammen sind wir stärker Na, das ist doch ein leckes Plätzchen für den Ruhe Hier geht's weiter? Achso Ja, so, ich hab jetzt gelernt, wie man markiert Und so jetzt, wo ich weiß, wie ich mein Beinchen zu heben habe, höre ich eigentlich auf damit Ich weiß nicht, was du meinst Hm, mhm Bleibt zusammen, sonst werdet ihr gefressen oder entführt Jetzt aber zurück zum Team Oder? Geht's hier nicht weiter? Doch Cool, dass du die Frage danach stellst, nachdem wir alle gekommen sind Jetzt müssen wir nur diesen gather your team und dann müssen wir wahrscheinlich das Auto irgendwie beiseite heben Genau Start the trucks Cause is a horde Und wo geht er an? Da geht er an Das ist cool Let's go Let's go Huuuut Okay Okay Wo ist er gepinnt? Ist er wieder frei, ne? Da vorne Komm schon, Mädchen, du kannst doch besser schießen Kugeln sind knapp Wer hat Klappe Kugeln? Ich hab nen Muni-Koffer dabei Noch ne Doch, ja Ich Moment, ich leg ihn hin Wo bist du? Hier Hast du's? Nein Ne Ich hab ihn hingelegt, ich hab ihn benutzt Boah, der Ja, den hab ich für mich selber benutzt Ich hab gedacht, der leg den ab Wie bei Hand Sorry Alles gut, alles gut Ich schnetzel mich da auch mit dem Messer durch, wenn ich schreibe muss So, über Hand, ne? Versteht Nimm die, äh Nimm den Schlagring, der ist effektiver gegen Horden Hab ich leider keinen Da oben ist ein Spider-Man Ich bin festgehalten und bin tot Also, down Was macht der denn? Irgendwie auch Was? Der ist... Wo kann immer auf die schießen, die dir hochkarreffen, also halt Die Zombies sind dran Ja, das hab ich ja versucht Ah! Ah, perfekt Ich bin weggegangen Das ist echt bemerkenswert mit dir, mein Junge 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 Aber wenn ich unten bin, dann kämpfe ich effektiver, hab ich den Eindruck Davon traurig Ja Krass Yeah Da flog ich mal durch den Halbraum hier Da kommt der Ärger Pokard, links neben dir Danke Aber er steht neben dir und macht nichts Das bist du nicht richtig, ich hab auf das viel geschreit, was das auslöst Obwohl das sicher nicht das erste Mal ist Danke Oh my god Okay, ich hab noch 14 Schoß, jetzt, jetzt bitte Äh, ich pimmel eigentlich auch nur die ganze Nummer drum Der legt ein Kroberl und dann kann ich gleich mit Da musst du mal die Waffe wechseln, wenn du wirklich will ich Ich hab das jetzt auch gemacht Oh nein, die Axt will ich dann, ich will mal den Deagle zurück Bitte was muss ich machen? Ich hab einfach mal die Waffe gewechselt und schon, äh, hast du Muni Ja Wir legen jetzt zweimal Taser, hat jemand was Schlechteres? Ich hab'n Defi Ich hab'n Defi Ich hab'n Defi Ich hab' auch'n Defi Ja gut, dann nehm' ich den Probenbehälter und liegen hier zwei Tasern Du hast auf mich geschossen! Wenn du'n Taser willst, sonst nehm' ich den Probenbehälter Ne, ne, ist schon okay Was macht der Taser genau im Vergleich zum Probenbehälter? Äh, damit kannst du dich selber befreien Zum Beispiel, wenn du ein Ge- Ein-ge- Bloch ist! Wie geht's wenn du uns ziehst? Du bist in deinem Loch bleiben soll Der General hatte Recht! Wie durch die Person! Mit Ärger! Check das Gebäude! Jetzt kann ja nicht sein, dass hier nirgends Munition ist Nur Schrot-Munition Das mach ich Du-du-du-du-du us- Näm-deh-dudu Die sind Tasch speak for theơn Heuerdings... du hast auch noch rohre-bombe Robert war noch noch rohre-bombe Die Lube crimpelst und ist so ein bisschen Robert hoch dass wirrore kommen Horst auch that theходe gekommen orro Ich Gott! Nicht übel, wirklich nicht übel! Oha! Ach, wir müssen hoch! Hä, ist das okay? Oder nicht? Ich hab keine Ahnung! Oh, ich bin ja auch ganz gut alleine! Na gut! Ich bin festgeschlonzt und bin tot! Ich komm zu dir! Na zum Glück der, der mit dem D4 unterwegs war! Hat der Chantal nicht aufhalten? Du bist komplett tot, ne? Ja! Ich dachte, du bist nur down! Man muss hier oben halt mal das Ding zumachen, da kommt alles neues Zeug drauf, ne? Scheiße! Scheiße! Well... Alter, sind wir da auseinandergenommen, Mann! Ein Continuer haben wir noch! Ne, ohne Witz, ich hab... Also, wenn da einer neben mir, äh, äh, festgehalten wird, dann versuche ich doch erstmal das Vieh zu töten, was das macht! Sonst bin ich ja auch noch weg! Was? Ah, ich weiß halt, also du kannst halt... Du brauchst ja nur einen Schlag! Du kannst mal nur einen Schlag genau drauf machen! Dann ist der halt wenigstens... Ah, ich dachte, man braucht zwei, drei Schläge! Nein! Jetzt dann wird's ja immer noch schneller gehen, als erstmal das Ding zu suchen und zu töten! Mhm, okay! Ach, wir fangen hier in die C-Shirts jetzt wieder an! Also, mehr Leute mit mehr Heilung und so! Ja, ja, alles klar! Ähm... Alles klar! Ich mach das Team Health hoch! Ähm... Ja, erstmal Medikids kaufen, Freunde, ne? Also, so egoistisch das klingt, aber... Wirklich erstmal guckt, dass jeder irgendwie klarkommt! Ja, ich mach das andere! Was ist das? Was ist das? Dass ihr zwei Medikids kaufen könnt! Okay, das hat nichts für mich gemacht! Ist das ne Karte, oder? Ah, ne, das ist nur ne Verbesserung! Nicht zwei Medikids, aber trotzdem nach. Ach so, okay! Du meinst Team Support Item Art to Upgrade? Ja! Das heißt doch auch Upgrade! Ich hab's nicht gelesen, ich hab's einfach gekauft! Du musst ja schon vorher aufstehen, um mich zu kriegen! Du musst ja schon vorher aufstehen! So, geh mal raus! Rettet! 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 Guck mal, ich kann den Finger laufen! Oh, 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 oh! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! So, wir können ja mal versuchen, ein bisschen langsamer vorabfahren zu gehen, damit wir... Und keine Krälen aufzuscheuchen! Ah! Macht doch keinen Spaß ohne! It wasn't me! Sorry, bang! It wasn't me! Tim, hinter dir! Oho, action, action! Hm! Komm, wir machen das Vollspiel-mäßig! Hinter dir! Vor dir! Ah! Das sind übrigens... Das sind übrigens Karten! Und Tim holt! Das sind Karten! Tim holt den Held! Ich fasse sie! Ja! Ich hab nämlich keins mehr, nachdem ich alles in das Team Upgrade gesteckt hab! Ja, ich hab auch ein Team Upgrade gekauft, Mann! Ja, ist doch schön! Ah! Brauch ich! Wo sind Karten? Äh, hier! Hier! Ah! Munition! Danke! Ich schicke das Fahrzeug! Ich schicke das Fahrzeug! Das sind Karten! Noch mal Raben! Noch mal Raben! 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 Hä? Wie soll man da jetzt durchkommen, ohne die aufzuschrecken? Dann vorbeilaufen! Schleichen! Wobei laufen! Elisara hat über viele Infizierte in der Gegend berichtet! Das unterstützt die Info, dass sie sich in der Miete verstärkt! Erst durchgebringt, wenn du dann reinläufst! Okay, gut! Wo du halt drauf siehst! Wo du dich nähst? Wo du jetzt zum Beispiel! Wo wir uns kurz demonstrieren! Okay! Ich hab's net mal gesehen! Es ist einfach passiert! Oh nee! Ich hab auf Zombies geschossen! Boah, ist das ärgerlich! Mann! Ach ja! Man darf schon ein bisschen langsamer vorgehen! Ja, erst mal die Horde abwehren, würde ich sagen! Ja! 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 Du hast mir schon gesagt, ich hab auf einen Zombie geschossen! Die Google ist durchgeflogen und hat das Ding mitgetauscht! Ja, ja! Völlig normal! Wie völlig normal! Klingt sogar hässig! Ne, das passiert auch klar! Ja! Du bist da! Mann! 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 Du bist da nicht! Mann! Du bist da nicht! Funk hat das überfordert! Nein! Ich bin was zum Beispiel saubesig spannend! Ich bin aber kein Versager! Nein! Ich kann so richtig... Ich kann so richtig deine Gedanken lesen! Mann, das ist ernst! Ah! Alles gut! Ich... Ich mag ja eigentlich David! Ich mag ja eigentlich! Danke! Wow! Hahaha! Das macht mir immer Spaß! Ne, ich find das Spiel einfach mega cool! Weil es halt einfach irgendwie ein dummes Geballer ist und dann doch irgendwie nicht! Und schon irgendwie... Das Spiel ist der Hammer! Hahaha! Must nachladen! H께서 hier... A啦! Boah, auch nicht! Eeeeh... Ich werde festgehalten! Äh... Ja, ich schieß drauf! erstmal Tim befreien Speakinger... Danke! Ja, wir brauchen das Fleischschild. Und dann bist du dich wieder hier. Ich hab Geld gefunden. Ich hab das Geld eingesammelt, an dem alle vorbeigelaufen sind. Und hier geht's übrigens raus. Immerhin. Wenn jemand einen Schrot findet, findet ich... Ich muss irgendwie... Dankeschön, weil wir müssen... Wir müssen mal ein bisschen... Oh geil. Wir müssen nämlich mal so ein bisschen die Munition verteilen. Weil wenn wir alle Maschinengewehre nehmen, ist halt ein bisschen problematisch. Quatsch, was du da wieder redest. Gibt's ja irgendwo Heilung im Haus? Mal blöd gefragt. Du könntest auch dein Medikit benutzen. Ja, aber ich guck doch erstmal, ob ich was anderes find. Aber hier ist ja nicht. Ah, schon besser. Gibt's? 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 Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Ja. Oh, hier ist ein Decker. Mach mal drauf. Komm doch raus. Ähm... Kommst du mal raus, sonst können wir nicht weitermachen. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Wir könnten auch einfach hier oben drüber über den Kran laufen. Aber das Spiel lässt uns... Oh, warte mal. Ich kann hier mit den Pickern das... Ne, ich kann nicht aufmachen, weil ich hab keine Pickern mehr. Stack. Hier könnte es was Nützliches geben. Ich start die Horde, ja? Ja. Ja, ja. Ja. Jetzt tut er so, als würdet ihr hier groß was machen, nachdem wir auf dem Atem mussten. Ja. Ah, Fretter. Hahaha. Ich bin näher. Ohne mich geht's nie weiter. Komm. Warten wir noch. Da liegt auch jemand, der ist der Main-Charakter. Das ist meine Story hier. Die Story von Hoffman. Ja, jetzt kommt auf demhow und wir in die Wasserball umgehen. Alrighty. Allr-r-r-r-r-r-r-i-y-y. Allr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Nein! Das schallt mich mal. Na, da beißen die Fische fest dazu. Hm. Dicker! Boah, der mit 5 Schrotgewehr schlussst du einfach fett. Was ist er? Der Dicker ist mit 5 Schrotbergschlüssten einfach weg. Hm, da haben noch mehr Leute drauf geschossen. Ja, egal. Aber auch als ich alleine war, waren das so 5 Schlüsse. Okay. Ja, im Haus vorhin war ich alleine gegen so ein Ding. Okay. Okay, okay. L-M-A-A, okay. Richtig. Was laberst du? Hallo, ich bin der Hauptcharakter und deine Kommentare sind nur Deko. Äh, okay. Okay. Boah, ich bin, ich bin festgepappt. Sturmgewehr! Der Hauptcharakter kann nicht weitermachen, das ist ja dumm. Sturmgewehr! Ich geh nochmal ne Shotgun. Sturmgewehr! 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 Beide! Sturmgewehr! Mutta! I just guessed, Kann man das auch irgendwie zumachen? Glauben nicht Das hier kann man zumachen Schätze ich mal Ne, da ist kein Fass davor Man kann ja eigentlich nur die Sachen zumachen Kann gerade noch werden, probieren wir es Wenn du Granaten hast, ja Ja, drei Stück, ist nur noch so Ich wünsche es gäbe einen anderen Weg Guck mal, David, unsere Charaktere bieten sich an Wie wir im wahren Leben Das Beef oder Liebe ist natürlich eine Verfrage Granate! Er ist so ein Zebertyp Ist schon tot Ja, ja, ich sagte noch Hinter uns ist noch einer Ja, ich würde gerne eine Frage lassen werden Was bei euch war Alles für dich Die sagt, dass sie Licht brauchen Erzähl sie dir keine scheiß Taschenlampe an der Wache, weißt du? Kann spüren, dass es Ärger gibt Erreiche den Schutzraum Kann man auch in den Klingel Hier ist geschütt Ich bin jetzt mal ausnahmsweise da Wir sind alle da Ich war nicht der Letzte Ich war nicht der Letzte Also Ich war nicht sechsmal außer Gefecht Hm Hallo Das kann nur im Hauptcharakter passieren Das ist das Hast schon recht Der Hauptcharakter kriegt halt am meisten auf die Fresse Ist okay Ich weiß nicht, ob sie auch Deswegen braucht man ja Ist aber schön, dass ihr immer weiter rennt und einfach zehn Gegner stehen Die sinnvollen Sidekicks Die wieder rennen Das ist auch